Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Heute wollen wir uns beim Aufbietungsturnier mal die ersten paar Kämpfe anschauen um genau zu sein die ersten vier. Denn die ersten vier bieten also bilden einen Rang und zwar den ersten Rang. Im Vorschau Video habt ihr gesehen wo man hin muss und was die NPCs so alles machen dort. Von daher werde ich das nicht wiederholen müssen. Hier habt ihr auch schön sehen können beim Brief dass wir auch solche Marken kriegen und mit diesen Marken können wir mitmachen. Ohne Marken können wir nicht mitmachen. Hier haben wir den ersten Gegner der eigentlich ziemlich easy ist. Und zwar hat er eine Attacke und wie man hier lesen kann hat er einen sehr brutalen genau diesen hier Angriff der nur nach vorne geht. Das heißt ihr könnt einfach wenn ihr Nahkämpfer seid durch ihn durchrollen. Die meisten Gegner sind extrem einfach zu machen wenn ihr ein Fernkämpfer seid und Nahkämpfer haben es ein bisschen schwerer aber gegen den hier haben es Nahkämpfer eigentlich auch ziemlich leicht. Ich werde auch versuchen es so ziemlich bei ihrem Kampf auf jeden Fall Nahkampf zu machen weil wie gesagt es ist meistens eher schwieriger und nicht so leicht umzusetzen und es ist auch interessant für euch. Dieser zweite Gegner ist sehr interessant und zwar für jeden Schlag den ihr auf ihn macht fängt an zu mutieren wird größer dicker und sehr sehr stark. Er kann euch mit zehn Stacks wenn ihr nicht aufpasst quasi one hitten. Die beste Taktik bei ihm ist es entweder zu kiten wenn ihr Fernkampf macht oder wenn ihr Nahkampf machen wollt einfach ein bisschen Schaden zu machen und dann weg zu gehen. Aber das lustige ist es gibt bei einigen von diesen Kämpfen auch noch Bonus Erfolge und wir machen auch gleichzeitig den Bonus Erfolg hier. Der Bonus Erfolg ist dass er mit zehn Stacks beziehungsweise zehn Stapeln von diesem Buff oder diesem dieser Mutation besiegt werden muss, sterben muss. Außerdem falls ihr das nicht gewusst habt das werde ich vielleicht noch im Video zeigen aber ich bin mir unsicher. Wenn man zu lange braucht für den Kampf dann fällt man hier durch die Gitter die den Boden bilden. Also beeilt euch. Eigentlich auch ein ziemlich leichter Kampf. Ihr müsst einfach nur rechtzeitig ausweichen und nicht zu lange an ihm dran kleben. Hier dieser Kampf der ist ein bisschen tricky denn wir sehen erstens nicht was sie kann aber ihr werdet gleich sehen was sie kann. Sie beschwört Winde oder kleine Tornados besser gesagt die euch hin und her kicken können. Je weiter sie unten ist HP technisch beziehungsweise je länger der Kampf dauert desto mehr von diesen Dingern gibt es. Wir haben jetzt auf einmal hier drei Stück und das ist gar nicht angenehm gut und leicht. Fangkämpfer haben wieder den Vorteil dass sie einfach schön ausweichen können bessere Übersicht haben über den Kampf und besser den Wirbeln ausweichen können. Als Nahkämpfer hat man es ziemlich schwer ihr solltet zusehen dass ihr entweder Stabilität und solche Sachen mitnehmt oder einfach einen Haufen Schaden. Bei den meisten Bosskämpfern und bei allen Bosskämpfen in diesem Video habe ich eine Berserker Rüstung ausgerüstet weil ich damit einfach am meisten Schaden mache. Wenn ihr einfach viel zu viel Schaden reinkriegt aber genug Zeit habt für den Kampf dann würde ich euch raten einfach eine andere Ausrüstung zu nehmen die vielleicht ein bisschen defensiver ist. Für mich passt er mit der Berserker. dieser Kampf der ist auch ziemlich interessant diese Frau hier oder Dame besser gesagt hat ein Schutzschild und hat eine Spezial Attacke. Um diesen Schutzschild kaputt zu machen müsste sie wie ihr hier gesehen habt durch diese komische Zone durchziehen oder durch diesen Bohneneffekt. Außerdem hat sie einen Angriff der euch töten kann und zwar ist es dieser Solar Flare der auch hier angezeigt wird und um den zu gehen müsst ihr einfach in der Nähe von dieser und das war es so ziemlich. Falls ihr Fragen habt dann schreibt mir das in den Kommentaren ich werde euch auf jeden Fall antworten und ja der erste Rang ist ziemlich einfach. Also bis zum nächsten Video wo es ein bisschen härter wird. Bis dann! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.